Ein seltsamer Wahn beherrscht die Arbeiterklassen der Nationen, in denen die kapitalistische Zivilisation regiert. Dieser Wahn zieht das individuelle und soziale Elend nach sich, das die traurige Menschheit seit zwei Jahrhunderten quält. Dieser Wahn ist die Liebe zur Arbeit, die wilde Arbeitsleidenschaft, die bis zur Erschöpfung der Lebenskräfte des Einzelnen und seiner Nachkommenschaft getrieben wird. Anstatt gegen diese geistige Verirrung vorzugehen, haben die Priester, die Ökonomen und Moralisten die Arbeit heilig gesprochen. Verblendet und engstirnig wollten diese Menschen weiser sein als ihr Gott. Schwach und verachtungswürdig wollten sie wieder zu Ansehen bringen, was ihr Gott verdammt hatte. Ich, der ich nicht behaupte, christlich, ökonomisch und moralisch zu sein, appelliere von ihrem Urteil aus an das ihres Gottes. Von den Predigten ihrer religiösen, ökonomischen, freidenkerischen Moral aus an die unerträglichen Folgen der Arbeit in der kapitalistischen Gesellschaft. In der kapitalistischen Gesellschaft ist die Arbeit die Ursache für jeden geistigen Verfall und jede organische Verformung. Vergleichen Sie die Vollblutpferde aus den Ställen der Rothschilds, die von einer zweihändigen Dienerschar bedient werden, mit den schweren Tieren auf den Bauernhöfen der Normandie, die den Boden umflügen, den Mist wegkarren und die Ernte einfahren. Schauen Sie sich den edlen Wilden an, den die Missionare des Handels und die Händler der Religion noch nicht mit dem Christentum und dem Dogma der Arbeit verdorben haben, und schauen Sie sich dann unsere bedauernswerten Maschinendiener an. Für den Spanier, in dem das ursprüngliche Tier noch nicht verkümmert ist, ist Arbeit die schlimmste Form der Sklaverei. Auch die Griechen hatten in ihrer Blütezeit nichts als Verachtung für die Arbeit übrig. Einzig den Sklaven war es erlaubt zu arbeiten. Der freie Mann kannte nur körperliche Ertüchtigungen und geistige Spiele. Es war zugleich die Zeit, in der man unter dem Volke eines Aristoteles, Phidias und Aristophanes wandelte und atmete. Es war die Zeit, in der eine Handvoll Tapferer beim Marathon die Horden aus Asien, die Alexander kurze Zeit später besiegen sollte, vernichtete. Die Philosophen der Antike lehrten die Verachtung der Arbeit, diese Erniedrigung des freien Menschen. Die Dichter besangen die Faulheit, dieses Geschenk der Götter. Christus predigte in seiner Bergpredigt die Faulheit. Jehova, der bärtige und finstere Gott, bot seinen Anbetern das höchste Beispiel an idealer Faulheit. Nach sechs Tagen Arbeit ruhte er sich für alle Ewigkeit aus. Im Jahr 1770 erschien in London eine anonyme Schrift mit dem Titel »An Essay on Trade and Commerce«, die seiner Zeit für einen gewissen Wirbel sorgte. Ihr Autor, ein großer Philanthrop, empörte sich darüber, dass sich das Manufakturvolk in England die fixe Idee in den Kopf gesetzt hat, dass, in ihrer Eigenschaft als Engländer, alle Personen, die dazu zählen, durch das Recht der Geburt das Privileg haben, freier und unabhängiger zu sein als die Arbeiter jedes anderen Landes Europas. Diese Idee kann ihren Nutzen für die Soldaten haben, bei denen sie zu Mut anspornt. Aber je weniger die Fabrikarbeiter von ihr durchdrungen sind, desto besser ist es für sie selbst und für den Staat. Arbeiter sollten sich nie für unabhängig von ihren Vorgesetzten halten. Es ist äußerst gefährlich, zu dergleichen Schwärmereien in einem handeltreibenden Staat wie dem unseren zu ermutigen, wo vielleicht sieben Achtel der Bevölkerung nur wenig oder gar kein Eigentum besitzen. Die Kur wird so lange nicht abgeschlossen sein, bis unsere Armen aus der Industrie sich damit abgefunden haben, sechs Tage für dieselbe Summe zu arbeiten, wie sie sie jetzt in vier Tagen verdienen. So predigte man fast ein Jahrhundert vor Guizot offen in London die Arbeit als Zügel für die edlen Leidenschaften des Menschen. Je mehr meine Völker arbeiten werden, desto weniger Laster wird es geben, schrieb Napoleon am 5. Mai 1807 aus Osterode. Um die Faulheit auszurotten und die Gefühle des Stolzes und der Unabhängigkeit zu beugen, die sie hervorruft, schlug der Autor des Essay on Trade vor, die Armen in ideale Arbeitshäuser, ideal Workhouses, einzusperren, die zu Häusern des Schreckens würden, wo man sie 14 Stunden pro Tag arbeiten ließe, so dass nach Abzug der Essenszeit zwölf volle Arbeitsstunden bleiben würden. Zwölf Arbeitsstunden pro Tag. Das ist das Ideal des Philanthropen und Moralisten des 18. Jahrhunderts. Wie wir doch dieses Nonplusultra übertroffen haben. Die modernen Fabriken sind zu idealen Zuchthäusern geworden, in die man die Arbeitermassen einsperrt und sie zu zwölf oder vierzehn Stunden Zwangsarbeit verurteilt, und zwar nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen und Kinder. Und festzustellen, dass die Söhne der Helden des Terrors sich so sehr durch die Religion der Arbeit haben erniedrigen lassen, dass sie nach 1848 das Gesetz, das die Arbeit in den Fabriken auf zwölf Stunden begrenzte, als eine revolutionäre Errungenschaft aufnahmen. Sie verkündeten das Recht auf Arbeit als ein revolutionäres Prinzip. Schande über das französische Proletariat. Nur Sklaven wären zu solch einer Schäbigkeit imstande gewesen. Ein Grieche der Heldenzeit bräuchte 20 Jahre kapitalistischer Zivilisation, um eine solche Entwürdigung zu fassen. Und wenn die Leiden der Zwangsarbeit, wenn die Qualen des Hungers zahlreicher über das Proletariat hergefallen sind, als die biblischen Heuschrecken, so hat es sie doch selbst herbeigerufen. Diese Arbeit, die die Arbeiter im Juni 1848 mit den Waffen in der Hand forderten, haben sie ihren Familien aufgezwungen. Sie haben ihre Frauen und Kinder den Industriebaronen ausgeliefert. Mit eigenen Händen haben sie ihren heimischen Herd niedergerissen. Mit eigenen Händen haben sie die Milch ihrer Frauen zum Versiegen gebracht. Die Unglückseligen mussten schwanger und ihre Babys stillend in die Minen und die Fabriken gehen, ihr Rückgrat krümmen und ihre Nerven erschöpfen. Mit eigenen Händen haben sie das Leben und die Kraft ihrer Kinder zerstört. Schande über die Proletarier. Wo sind die Waschweiber mit Kekkerrede, freier Schnauze und der Liebe zum göttlichen Wein, von denen unsere alten Geschichten und Märchen erzählen? Wo sind die fröhlichen Frauen, die stets in Bewegung sind, stets kochen, stets eilen, stets Leben verbreiten und Freude erzeugen und ohne Schmerzen gesunde und kräftige Kinder gebären? Heute haben wir Fabrikmädchen und Frauen vor uns, kümmerliche, blasse Blumen mit farblosem Blut, ruiniertem Magen, ermatteten Gliedern. Sie haben nie ein gesundes Vergnügen kennengelernt und wußten nie fröhlich zu erzählen, wie ihre Schale geknackt wurde. Und die Kinder? Zwölf Stunden Arbeit für die Kinder. Welch Elend! Man sagt, dass unsere Epoche das Jahrhundert der Arbeit sei. In Wirklichkeit ist es das Jahrhundert des Leids, des Elends und des Verfalls. Und doch haben die Philosophen und die Ökonomen der Bourgeoisie und auch die Literaten vom marktschreierisch-romantischen Victor Hugo bis hin zum naiv-grotesken Paul de Kock, Alle haben sie die abstoßenden Lieder zu Ehren des Gottes des Fortschritts, dem ältesten Sohn der Arbeit, angestimmt. Hört man sie so reden, könnte man meinen, es würde bald das Glück auf Erden regieren. Ja, man würde bereits sein Kommen spüren. Sie begaben sich in die vergangenen Jahrhunderte und durchwühlten den Staub und das feudale Elend, um zur Feier der heutigen Zeiten von den düsteren Schreckgespenstern zu berichten. Ob sie uns gelangweilt haben, diese Satten, diese Zufriedenen, die unlängst noch zur Hausdienerschaft der Feudalherren gehörten und heute fett entlohnte Dienerschreiberlinge der Bourgeoisie sind? Oh, welch erbärmliches Scheitern der revolutionären Prinzipien der Bourgeoisie! Oh, welch finstere Geschenke ihres Gottes Fortschritt! Die Philanthropen beklatschen diejenigen als Wohltäter der Menschheit, die, um sich faulenzend zu bereichern, den Armen Arbeit geben. Es wäre besser, die Pest zu verbreiten und die Quellen zu vergiften, als eine Fabrik inmitten einer ländlichen Bevölkerung zu errichten. Sobald sie Fabrikarbeit einführen, heißt es, lebe wohl, Freude, Gesundheit und Freiheit. Lebe wohl alles, was das Leben schön und lebenswert macht. Und die Ökonomen sagen den Arbeitern weiter unermüdlich, arbeitet, arbeitet, um das Gesellschaftsvermögen zu erhöhen. Und doch antwortet ihnen ein Ökonom. Destut de Tracy. Es sind die armen Nationen, in denen sich das Volk wohlfühlt. Es sind die reichen Nationen, in denen es für gewöhnlich arm ist. Und sein Schüler Cherbulier fährt fort, Durch ihre Mitwirkung bei der Anhäufung gewinnbringenden Kapitals tragen die Arbeiter selbst zu der Situation bei, die ihnen, früher oder später, notwendig einen Teil ihres Lohns rauben wird. Aber durch ihr eigenes Geschrei betäubt und verblödet, antworten die Ökonomen, arbeitet. Arbeitet immerzu, um euren Wohlstand zu schaffen. Dadurch, dass die Proletarier den trügerischen Reden der Ökonomen Gehör geschenkt und ihren Körper und ihre Seele dem Laster der Arbeit ausgeliefert haben, stürzen sie die gesamte Gesellschaft in diese industriellen Krisen der Überproduktion, die den gesellschaftlichen Organismus erschüttern. Da es daher ein Überangebot an Waren und einen Mangel an Käufern gibt, schließen die Fabriken. Und der Hunger geißelt die Arbeiterbevölkerung mit seiner tausendriemigen Peitsche. Ein griechischer Dichter aus der Zeit Ciceros, Antipatros, besang die Erfindung der Wassermühle, zum Malen des Korns, die die Sklavenfrauen befreien und das goldene Zeitalter zurückbringen sollte, wie folgt. Schont den Arm, der das Mühlrad zum Drehen bringt, o Müllerinnen, und schlaft friedlich. Möge der Hahn euch vergeblich den Beginn des Tages ankündigen. Deo hat den Nymphen die Arbeit der Sklavinnen auferlegt. Und siehe, da hüpfen sie schon leichtfüßig auf das Rad, und schon läuft die angestoßene Achse mit ihren Speichen und bringt den schweren rollenden Stein zum Drehen. »Lasst uns das Leben unserer Väter leben und faul die Geschenke genießen, die die Göttin uns gewährt.« Leider sind die Zeiten der Muße, die der heidnische Dichter ankündigte, ausgeblieben. Die blinde, pervertierte und mörderische Arbeitsleidenschaft verwandelt die befreiende Maschine in ein Werkzeug zur Knechtung der freien Menschen, deren Produktivität verarmt sie. Um der Konkurrenz des Menschen mit der Maschine freien Lauf zu lassen, haben die Proletarier die weisen Gesetze, die die Arbeit der Handwerker und der alten Zünfte begrenzte, abgeschafft und zudem die Ferientage abgebaut. Man wird unsere Epoche einmal das Verfälschungszeitalter nennen, so wie man den ersten Epochen der Menschheit entsprechend ihrer Produktionsweise die Namen Steinzeitalter und Bronzezeitalter gegeben hat. Einige Ignoranten beschuldigen unsere frommen Industriellen des Betrugs. Dabei treibt diese in Wahrheit doch nur der Gedanke um, die Arbeiter, die sich nicht damit abfinden können, mit verschränkten Armen zu leben, mit Arbeit zu versorgen. Die Verfälschungen, die einzig durch ein humanitäres Gefühl motiviert sind, die aber den Fabrikanten, die sie praktizieren, fantastische Profite bescheren, sind zwar für die Qualität der Waren verheerend und eine unerschöpfliche Quelle der Verschwendung menschlicher Arbeit, doch sie beweisen immerhin die philanthropische Genialität der Bourgeoisie und die schreckliche Pervertiertheit der Arbeiter, die, um ihr Laster der Arbeit zu befriedigen, die Industriellen dazu zwingen, den Ruf ihres Gewissens zu ersticken und sogar die Gesetze des ehrbaren Kaufmanns zu verletzen. Und doch überschwemmen, ungeachtet der Überproduktion von Waren und ungeachtet der industriellen Verfälschungen, unzählbar viele Arbeiter den Markt und flehen nach Arbeit. Arbeit. Ihr Überfluss müsste sie eigentlich dazu zwingen, ihre Leidenschaft zu zügeln, doch sie treibt sie im Gegenteil auf den Höhepunkt. Sobald sich ihnen eine Chance auf Arbeit bietet, stürzen sie sich auf sie. Sie fordern zwölf oder vierzehn Stunden, um ihren Arbeitshunger zu stillen und siehe da, am nächsten Morgen hat man sie wieder auf die Straße gesetzt, ohne irgendetwas, um ihr Laster zu befriedigen. Jedes Jahr treten in allen Industrien mit der Regelmäßigkeit des Wechsels der Jahreszeiten Zeiten der Arbeitslosigkeit auf. Auf die für den Organismus mörderische Arbeitsüberlastung folgen drei oder sechs Monate der absoluten Erholung und keine Arbeit mehr, kein Essen mehr. Da nun doch das Laster der Arbeit teuflisch im Herzen des Arbeiters verwurzelt ist, da dessen Ansprüche alle anderen natürlichen Instinkte ersticken und da die Quantität der von der Gesellschaft benötigten Arbeit zwangsläufig durch den Konsum und die Fülle an Rohstoffen begrenzt wird, warum also in sechs Monaten die Arbeit eines ganzen Jahres verschlingen? Warum sie nicht gleichmäßig auf die zwölf Monate verteilen und jeden Arbeiter zwingen, sich mit sechs oder fünf Stunden pro Tag während des Jahres zu begnügen, statt sechs Monate lang zwölf Stunden bis zum Gehtnichtmehr zu arbeiten? Sind sie sich erst einmal ihres täglichen Arbeitsanteils sicher, werden die Arbeiter nicht mehr neidisch aufeinander sein, sich nicht mehr bekämpfen, um sich die Arbeit aus den Händen und das Brot aus dem Mund zu reißen? Dann werden sie, körperlich und geistig, nicht mehr erschöpft, damit beginnen, die Tugenden der Faulheit zu üben. Was das in seiner Einfältigkeit durch die Moralisten getäuschte Volk nie gewagt hat, hat eine aristokratische Regierung gewagt. Die Regierung von England hat in hehren moralischen und industriellen Betrachtungen der Ökonomen, die den Teufel an die Wand malten und behaupteten, dass die Verringerung der Arbeitszeit um eine Stunde in den Fabriken gleichbedeutend mit der Anordnung des wirtschaftlichen Ruins der englischen Industrie wäre, misstraut und es mittels eines strikt angewendeten Gesetzes untersagt, mehr als zehn Stunden pro Tag zu arbeiten. Und nach wie vor bleibt England die größte Industrienation der Welt. Ach, wie arkadische Papageien plappern sie die Lehre der Ökonomen nach. Lasst uns arbeiten. Lasst uns arbeiten, um das Volksvermögen zu vergrößern. Oh, ihr Idioten! Gerade weil ihr zu viel arbeitet, entwickeln sich die industriellen Werkzeuge langsam. Hört auf mit eurem Gebrüll und hört einem Ökonomen zu. Es handelt sich um keine große Leuchte. Es ist nur Monsieur Louis Rebeau, der zum Glück vor einigen Monaten von uns gegangen ist. Im Allgemeinen richtet sich die Revolution in den Arbeitsmethoden nach den Bedingungen der Arbeitskräfte. Solange die Arbeitskräfte ihre Dienste billig zur Verfügung stellen, setzt man sie verschwenderisch ein. Sobald ihre Dienste teurer werden, versucht man, sie einzusparen. Um die Kapitalisten dazu zu zwingen, ihre Maschinen aus Holz und Eisen zu verbessern, muss man für die Maschinen aus Fleisch und Blut die Löhne erhöhen und die Arbeitsstunden verringern. Gibt es Beweise dafür? Man könnte Hunderte anführen. In der Spinnerei wurde die automatische Spinnmaschine, der Self-Factor, Self-Acting Mule, in Manchester erfunden und angewandt, weil die Spinner sich weigerten, so lange zu arbeiten wie früher. In Amerika hält die Maschine in allen Bereichen der landwirtschaftlichen Produktion Einzug, von der Herstellung von Butter bis hin zum Unkrautjäten in den Getreidefeldern. Warum? Weil der Amerikaner, frei und faul, lieber tausend Tode sterben würde, als das vierche Leben des französischen Bauern zu wählen. Das Pflügen, das in unserem ruhmreichen Frankreich so anstrengend, so reich an Muskelkater ist, ist im amerikanischen Westen ein angenehmer Zeitvertreib an der frischen Luft, den man im Sitzen vornimmt, während man lässig seine Pfeife raucht. Wenn man durch die Verringerung der Arbeitsstunden neue mechanische Kräfte für die gesellschaftliche Produktion gewinnt, so wird man, wenn man die Arbeiter dazu verpflichtet, ihre Produkte auch zu konsumieren, eine riesige Armee von Arbeitskräften dazugewinnen. Die Bourgeoisie, befreit von ihrer Aufgabe des universellen Konsumenten, wird sich beeilen, die Masse der Soldaten, Richter, Journalisten und so weiter zu entlassen, die sie von der nützlichen Arbeit abgezogen hatte, um ihr beim Konsumieren und Verschwenden zu helfen. Der Arbeitsmarkt wird dann überquellen. Man wird daher ein ehernes Gesetz benötigen, um ein Verbot auf Arbeit zu verhängen. Es wird unmöglich sein, eine Aufgabe für diesen Schwarm an zuvor Unproduktiven zu finden, die zahlreicher sind als Termiten. Und nach ihnen muss man an all jene denken, die sich zuvor um deren nichtige und kostspielige Bedürfnisse und Geschmäcker kümmerten. Wenn es keine Lakaien und Generäle mehr mit Tressen auszustatten, keine Kanonen mehr auszubohren und keine Paläste mehr zu bauen gibt, dann wird man den in den Bereichen Posamenterie, Spitze, Eisen und Gebäude tätigen Arbeiterinnen und Arbeitern durch strenge Gesetze, gesunde Bootsfahrten und Tanzübungen zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit und zur Verbesserung des Volkes vorschreiben. Von dem Moment an, da die vor Ort verbrauchten europäischen Produkte nicht länger ans Ende der Welt transportiert werden, werden sich allerdings die Seeleute, die Hafenmitarbeiter und die Fuhrunternehmer hinsetzen und lernen müssen, Däumchen zu drehen. Die glücklichen Polynesier werden sich dann wieder der freien Liebe hingeben können, ohne die Fußtritte der zivilisierten Venus und die Predigten der europäischen Moral befürchten zu müssen. Mehr noch, um Arbeit für alle Nichtsnutze der gegenwärtigen Gesellschaft zu finden und die Weiterentwicklung der industriellen Werkzeuge auf unbegrenzte Zeit zu fördern, wird die Arbeiterklasse wie die Bourgeoisie ihrer Vorliebe für Enthaltsamkeit Gewalt antun und ihre Konsumfähigkeiten auf unbegrenzte Zeit ausbauen müssen. Statt am Tag ein oder zwei Unzen zähes Fleisch zu essen, wird sie ein oder zwei Pfund saftige Beefsteaks essen. Statt maßvoll schlechten Wein zu trinken, wird sie, katholischer als der Papst, große und tiefe, bis an den Rand gefüllte Gläser mit Bordeaux und Bourgogne trinken, die keiner industriellen Taufe unterzogen wurden und das Wasser dem Vieh überlassen. Würde die Arbeiterklasse das Laster, das sie beherrscht und ihre Natur erniedrigt, aus ihrem Herzen reißen und sich in ihrer furchtbaren Kraft erheben, nicht um die Menschenrechte einzufordern, die nichts weiter sind als die Rechte der kapitalistischen Ausbeutung, und nicht um das Recht auf Arbeit einzufordern, das nichts weiter ist als das Recht auf Elend, sondern um ein ehrenes Gesetz zu schmieden, das jedem Menschen verbietet, mehr als drei Stunden am Tag zu arbeiten, so würde die Erde, die alte Erde, bebend vor ausgelassener Freude spüren, dass sich in ihr ein neues Universum rührt. Wie soll man jedoch von einem durch die kapitalistische Moral verdorbenen Proletariat einen männlichen Entschluß verlangen? Wie Christus, die leidende Personifikation der antiken Sklaverei, schleppen sich die Männer, Frauen und Kinder des Proletariats seit einem Jahrhundert mühsam den harten Kreuzweg des Leides hinauf. Seit einem Jahrhundert bricht ihnen die erzwungene Arbeit ihre Knochen, zerschindet ihre Haut, quält ihre Nerven. Seit einem Jahrhundert zerreißt der Hunger ihre Eingeweide und lässt ihr Gehirn halluzinieren. O Faulheit! Hab Mitleid mit unserem langwierigen Elend! O Faulheit! Mutter der Künste und der edlen Tugenden, sei der Balsam der menschlichen Ängste! Werder Künste und der Kろemerg Gott der Künste und der Komp來 untertitelung eingesetzt und